und willkommen zurück zu erst mal erst mal weg damit so zurück zu minecraft monsters ja was wollten wir eigentlich noch machen wir wollten oder wir haben genau der replikator oh mein gott ich habe gerade frame drops ohne ende okay jetzt geht es wieder ungebetene gäste sehe ich nicht gerne so ich muss mich noch mal erst mal wieder einfinden denn ich habe in der letzten zeit lieber metro gespielt was ihr danach sehen werdet metro 2032 und nicht immer last leid wie ich es anpreise so gut haben wir das das haben wir alles genau doch uns fehlt wartet mal bitte kurz was fehlte uns uns ach ja stimmt uns fehlte ein diamant und wir brauchen advanced machine blöcke die sehe ich jetzt aber nicht schade okay das bedeutet das ding wieder voll machen mit allem möglichen zeug ja habe ich ja nicht viel möglich ist so peter kann auch noch rein dann haben wir hier unseren rucksack der wieder da ist stecken wir da auch ein bisschen was noch rein komm beeil dich mal ein bisschen juhu 20 komm ich möchte ein bisschen was machen heute ja so so was fehlte uns genau noch ach ja genau wir brauchten sechs glasfaser kabel achten wir noch irgendwas sechs glasfaser kabel und wir haben wie macht man hier nochmal uns fehlten sechs nein eins zurück und für sechs achte man jeweils das müsste genau passen jetzt fehlt uns allerdings noch sand soweit ich sehen kann haben wir das vielleicht schon gebrannt ja haben wir super das bedeutet wir machen uns direkt mal die glasfaser kabel haben aber nicht genügend puh silber ist der vielleicht noch ein macurator drin nein wir haben kein silber das problem ist dass ich jetzt brauche ich möchte wieder diesen kisten ordnungs mod haben es machte viel mehr spaß dann das ganze zubauen so silber dust wir brauchen noch drei zwei na ist das mal wieder viel zack so wieder ein platz mehr gespart ähm oh wir brauchen doch drei stück silber das ist jetzt natürlich aber dann haben wir sechs wir haben jetzt schon sechs kann ja nie genug haben ne außerdem weiß ich dass ich nachher noch ein bisschen glasfaser brauche für hier hinten für hier hinten für hier oben ich werde sehr wahrscheinlich noch ein paar neue maschinen dazu bekommen deshalb ist das auch nicht schlecht da super schön außerdem zieht das dann wieder nicht so viel inventarplätze wenn ich jetzt alles fertig mache so jetzt müsste ich alles haben wenn ich richtig liege so wir haben das 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 ach so ich weiß was noch fehlt ich weiß was noch fehlt und es ist wirklich wirklich scheiße dafür brauchen wir eine menge eisen das wir im moment nicht haben hier haben wir noch ein bisschen iron ore mal da rein also wir brauchen um das ding zu machen brauchen wir jeweils neun und dann brauchen wir nochmal neun 18 insgesamt 18 pro stück das ist heftig 18 pro stück das bedeutet ich kann hiermit gerade mal zwei machen ich brauche mehr ein bisschen kupfer ein bisschen zinn jimba da habe ich iron habe ich ne fackel gut somit habe ich wieder alles muss gar nicht erst farmen gehen wie schön wie ist das denn bin ich jetzt zu faul für so kann ich mir schon mal zwei blöcke machen und natürlich was essen natürlich so komm mach es bevor das alle ist das wäre etwas bitter zack perfekt 62 äh kann ich auf jeden fall einmal rumgehen dann mal gucken wie viel noch übrig bleibt ja 26 boah ich muss mal wieder neuner reihe üben ne es sind 18 äh es wären 8 ja ok also 1 die sind fertig gut dann kann ich ja nichts falsch machen gut somit habe ich wieder etwas an eisen und kann oben weitermachen ups natürlich richtige station bitte so hämmerchen wo seid ihr ist das jetzt ernst ich habe 3 achso nein da unten ist auch noch einer gut ich dachte schon ich hätte zu 3 brauche ich jetzt ah ich habe ja noch welche dummheit richtige dummheit so ich brauche rechnen 27 27 Stück erst mal zack 27 für die Maschine es war nicht 27 gut jetzt brauche ich auf jeden Fall auf jeden Fall noch 9 dann wie war das nochmal ich brauchte dafür Advanced Alloy und das machte man aus Iron Bronze und Zinn und Bronze habe ich hier noch das waren 9 Bronze brauchte ich da oben ja ich habe meine Medaille hämmer noch 8 komm hoch mit dir so 9 Bronze brauchte ich und na haben wir irgendwo noch Zinn Silber und Bronze weg mit euch Boah Zinn 2 Zinn da so 7 auf jeden Fall erstmal und dann damit nochmal was schön so Zinn Bronze Iron so damit müsste ich genug haben jetzt habe ich allerdings noch ab in den Kompressor damit das Problem dass ich keine Kohle am Anfang reingesteckt habe denn wie viel war das nochmal das waren 2 mal 2 das sind 4 mal 4 sind 16 mal 3 sind 8 48 Stück ja brauch ich noch ein bisschen ah ich habe hier Kohldast sehr gut hallo